Jetzt kannst du speichern, hast du schon, ne? Ne, mach ich jetzt. Da hat er es geschafft. Wurde auch Zeit, dass ich das mal schaffe. Jetzt kann ich wieder schön spielen. Jetzt kommen die geilen, jetzt kommen so schöne Level. Das Gute an diesem Level sind die Sounds. Was ist das für ein Scheiß? Das ist kein Scheiß, das ist Donkey Kong Country Didi's Conquest. Das ist kein Scheiß. Ich weiß, dass es das ist. Hallo. Warte mal, war hier nicht oben? Oder konnte man da nicht ran? Doch. Ja, du schaffst es eigentlich auch so dran. Nein. Ja, jetzt gehe ich wieder ab jetzt. Du schaffst es so. Auch ein bisschen anders. Aber nur ein bisschen. Nun. Oder auch nicht. Ich krieg hier echt zu viel manchmal bei dem. Scheiß. Mann, ey. Ohohoho. Was soll ich damit? Mitnehmen. Wie? Wie? Hey, cool. Geil. Hallo. Wow. Fuck. Das war blöd. Ohohohoho. Ohohoho. 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 Sei doch nicht traurig. Okay, wieder bei mir. Yeah. Ohohoho. Ist es das? Was denn? Komm mal her. Ohohoho. Oh shit. Du brauchst. Didi. Das ist es. Oh, ich wusste. What the fuck? Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist so ein scheiß Level. Alter, leck. Boah. Hat das geleckt grad. What the fuck? Wieso leckt das jetzt so? Weil ich glaub, der diesen Wind nicht checkt. Du wurdest doch trocken. Boah, leckt das grad bei mir. Will die auch? Nein. Das ist, glaub ich, wegen dem Wind, weil er das nicht checkt. Pass auf jetzt. Das ist so ein Nazi. Kack. Doch. Der müsste, normalerweise müsste der das checken. Oh. Boah. Wie ist das denn? Alter. Aha. Das leckt echt. Na, der hat's aber grad geleckt. Ich kam nicht so ganz hoch. Ich sag dir, das leckt ganz schön. Na ja. Ja, der hat's geleckt. Hallo, Fatze. Ich hab nichts gesagt. Ja, der hier fällt. Todtot. Todt den Sündenen. So ruhig. Hä? Da figg dich doch. Meow. Tod. Die Leben gewonnen, so zerronnen in diesem Spiel. Jaa. Wie bei dir, ne? es macht sich einfach in diesem spiel es macht so einfach was bringt das ist das ding die gegner er zu töten das ist der einzige vorteil die diese schlange in diesem spiel hat siehst du weil die hüpft ja sowieso schon nach du weißt dass sie nachhüpft ich weiß das ja danke das schützt du ich glaube es gibt sogar ding früh irgendwo wieder ab was gibt es die schlange muss irgendwo früh schon abgegeben werden jetzt kommt der schlimmste scheiß kommen auf alter warum wind nachher geht er links rechts links rechts links rechts die ganze zeit das ganze level den größten teil mit der schlange machst ja und das wird richtig spannend für dich nimm mit hab ich doch hast du auch gesehen verrick ich doch eh wieder und auch nicht war eigentlich so nicht geplant aber naja den tüten centos möchtest du mir irgendwas über dieses level berichten nein sie sind doch gut nehme ich sie mit ne alter die gens hofft Das ist der Hammer, ne? Oh, schakalaka, ey. Nein! Doch! Ich stimmte die gleich wieder ab. Nein, 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 w님 sembl rate! War's ich mich nicht! Doch! Will aber. Na? Meiner! Wieso guckt da das Schlangenende? Wie ist es nur für diese kurze Strecke die ganzen Monster kaputt zu machen? Dann gleich eine halbe Stunde. Fertig. Ja, wenn du nicht das machst. Ich wollte doch wieder rüber Hälfte besser kann sie werden nur schlechter ich muss es jetzt so schaffen damit es fies für dich ich muss es nur schaffen damit es fies für dich doch ich hätte noch speichern können scheiße ja hab ich gar nicht mehr dran gedacht Nein, ich bin tot, war ja klar Soll ich laden? Ich bin laden. Ah, 4. Ich wollte laden, das stört mich nicht. Ich hab gesagt, nein komm, du hast bis zu spät. Jetzt ist es zu late. Herrlich jetzt. Ich möchte ja dass du das Spiel kennenlernst. Fick ich. War ich nicht. Ich glaub das war nicht so schlau ne? Komm der ist ja nicht wieder da. Achso. Ja. Abfack. Das war jetzt nicht schlau. Was? Hä? Sei froh dass es geleckt hat. Hä? Hä? Ja weil du das Bild nicht im, also diese Szene nicht im Bild hattest. Ach als Maul. Fleisch ist so, hohohoho. Tschüss. So geht's auch. Hä? So geht's natürlich auch. Ja. Versuch das mal, das genau, versuch das immer öfters anzugewinnen. Nicht das. Ich wollte drehen und ich bin ja bei S gedrückt. Versuch mal wirklich nur auf eine Seite hoch zu gehen, das wirst du nachher...